Hallöchen meine Freunde und was macht das da? So und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich habe mir gedacht, zum Wohle meiner Abonnenten und auch anderen Leuten, die Viva 13 Ultimate Team auf der PS3, ich wiederhole auf der PS3 Game, kann ich ein paar Gewinnspiele machen. Ich habe mir eine Facebookseite erstellt, die heißt Viva 13 Ultimate Team PS3 Gewinnspiele. Das Logo ist das Team of the Year und meinen Namen, den seht ihr jetzt nicht. Meinen Real-Life-Namen, da ich keine Anfragen auf meinem Profil will, das ist natürlich verständlich. Und ja, es wird halt... Ah, deine Mutter, deine Mutter. Es wird halt immer so Gewinnspiele geben. Am Anfang werden noch nicht so Spieler wie ein Aguero oder Xavi oder so zur Verfügung stehen. Da werde ich halt, ähm, gute Spieler, die trotzdem billig sind. Sprich zum Beispiel ein Edinson Cavani, könnte ich mal machen, äh, oder sowas ähnliches. Ähm, und das wird dann so ablaufen, dass... Das werde ich dann auf der FIFA, also auf der Facebookseite nochmal erklären. Ähm, ich werde ein Spieler sagen, beziehungsweise, ähm, posten. Mit Formation inklusive Club, Liga und Name, Bewertung und so. Und dann müsst ihr, könnt ihr Lose kaufen. Ähm, ein Los wird je nach Spieler, ähm, einen anderen Preis haben. Zum Beispiel jetzt, wenn ich wieder das Beispiel mit einem Cavani nehme, wird ein Los 1500 Coins kosten. Ist nicht viel, 1500 Coins hat man schnell zusammen. Und da kann man sich so viele Lose kaufen, wie man will. Und das Farbschema wurde geändert, deine Mutter. Ähm, und da, je mehr Lose man natürlich kauft, desto besser ist die Gewinnchance. Ähm, die Lose kann ich leider nicht billiger machen, weil sonst mache ich selber ja Verlust in FIFA. Das ist am Anfang natürlich klar, dass ich das mache. Aber mit der Hilfe von euch, wenn ihr Lose kauft, fleißig Werbung für die Seite macht, indem man wieder mitmacht, probiere ich jeden Tag was zu machen oder jeden zweiten Tag ein Gewinnspiel. Und wenn ich dann immer mehr Coins, äh, mache, kann ich auch immer bessere Spieler, äh, zur Verfügung stellen. Das ist ganz klar. Ja. Es würde mich freuen, wenn ihr die Seite liken würdet, äh, Werbung machen würdet für die, äh, Seite. Was ich vergessen habe, die Auflösung, werde ich nicht einfach reinschreiben. Ich werde, ähm, so ziemlich meistens ein, ähm, Video dazu machen, damit ihr seht, das ist nicht Fake. Wie ich das mache, ich werde, pro Los, das jemand kauft, werde ich einen Zettel mit seinem Namen machen und das dann in den Topf werfen und dann das auslosen. Und wie ihr mir das Geld geben könnt, ich werde immer einen Bronzespieler, äh, für den Sofortkaufpreis ins Auktionshaus stellen. Gebe euch die Daten vom Spieler mit dem Sofortkauf und dann könnt ihr den kaufen. Dann habe ich die Coins. Den Bronzespieler könnt ihr ja danach abstoßen. Ich habe da doch nicht so viel Verlust gemacht. 18 Münzen weniger. Ja, und, ja, das war's eigentlich. Äh, ich möchte nicht zu viel erzählen. Ähm, like die Seite auf Facebook, das würde mich sehr freuen. Und erzähl deinen Freunde ein bisschen davon. Es ist keine Fake-Seite oder so, wo ich euch abziehen will. Da möchte ich euch auch, ähm, einen Gefallen tun, damit ihr vielleicht einen guten Spieler mal, den ihr nicht habt oder eine Reserve haben wollt oder sogar verkaufen wollt. Wenn es ein teurer ist, könnt ihr den natürlich dann verkaufen. Wenn ihr ihn für 10.000 bekommt und ihn für 50.000 verkauft, ist es ja auch gut für euch. Und, ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen mit meinen anderen Projekten wieder. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Verdammt, das wollte ich nicht öffnen. So, äh, nee, 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 nee. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss.